so meine damen und herren die höllenfahrt 3.0 ist wie versprochen da die abstimmung hat ergeben dass wir den emma in line city 18g fahren über schnee natürlich macht macht sich natürlich richtig super macht richtig spaß ja wir fahren hoch zu nordspitze der torben ist auch mit dabei genau so was haben wir jetzt schon mal anmelden ich habe ich mir so gemacht ein skript hier das ist halt einfach so jetzt einfach nordkette meint ich fahre ich nur spitze nordkette ansagen oder schon eine meldung ja warnung es ist ja esp auf das ist das passt mir richtig super auch mann ja leck mich doch aber das haben wir nicht gesehen oh hallo was geht denn da ja das ist wie geburtstein ist aber weil ja genau ja rutscht weiter rutscht es rutscht immer noch und bremst auch nicht ja so stehen wir es ist doch also ich glaube nicht dass ich glaube nicht dass wir da oben ankommen das kann ich glaube ich nicht weil der rutscht jetzt schon wieder kommen das ist noch zu blüte keiner fährt hier oder was das ist ja das pumpt doch glaube ich übelst bei dir oder ich den diskur stream ja auch noch schneller ein ja ich presse doch schon gerade doch doch das klappt welche da ist die taur auch hochkommen ja ja was wird denn das ja ich raste aus ne echt also manchmal hasse ich immer ne was habt ihr mir ich verspreche euch beim nächsten mal kommt dieser bus nicht in die abstimmung rein das könnte vergessen also auch eng ja ist aber nicht auch so ne ja ja hallo das brummt rum ne geil was hat denn das der wollte kurz springen hast du es gesehen ja ist egal ich habe es auch so gemacht dass die warenleuchte ab 50 angeht fand ich besser auch her ja ja mal schauen wenn jetzt das new land city update kommen soll äh ja das stimmt sieht ja auf jeden fall schon mal schick aus aber ja gut kannst du kurz warten haben haben panzig alter 10g review gas ja da jo das kräft sich auch hier hoch das geht gar nicht nein 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 Ich frage mich, wie die ihn echt hier hochfahren, ne? Tja, haben wir jetzt in den guten Schneeketten neulich. Stimmt. Alter, aber selbst das ist ja echt zornig. Oh, 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 ich fahr nach links, ich fahr, ich fahr nach rechts, um links zu fahren. Das muss jetzt auch sein. Links, rechts, wackeh'n. Ampzig. Passiert nix. Ich steh voll drauf. Du musst mit Gefühl fahren. Ja, das ist echt krass. Was wackelt denn das hier so rum eigentlich? Ach ja, die Kurve könnte interessant werden. Joa. Ich weiß nicht, wie er wahrscheinlich gerade ausdrückt oder so. Das ist ja nicht voll was gehen. Ich geh fahr, hallo, ich. Ja, ich muss aber irgendwie hochkommen in der Steigerung. Na steig rum. Dann. 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 Ist natürlich super, dass der Setz da steht, Mann. Das könnte gut aussehen. Ja. Müssen wir so ein bisschen in den Nebel sein. Ach, ist ja auch nischt. Ne, komm. Nein, ich weiß, was du meinst. Wegrutschen in der Kurve. Der Biogas. Torben. Es könnte der Schnee sein, der so ist, dass er so weiter so wellig ist, weißt du? Ja, stimmt, ja. Passt das, was du? Passt du gerade wirklich? Ja. Okay. 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 Ah, ist schon sehr zornig auf jeden Fall Ölberg Äh, äh, äh Oh ne ey, das ist auch Ich kacke zu vorn Nein Welche Linie fährst du eigentlich? Das ist die J So, die 270 Ne, ne Jetzt kommen die ganz blöden Kurven hier Die will jetzt eng waren Ey, Alter Ja Ey, ruhig mal, Philippe ist ja mit Kollision hochgefahren, ne? Torben, das Taubet kannst du ausmachen, ne? Falls du es vorhattest, das abzuspielen Ne, ich hab nichts mehr abzuspielen Boah, wo startest du denn das dann, hm? Für umsiegelig Ah Boah Kleiner umsiegelig wie Wie kann das sein, dass hinter mir ein Bus fährt eigentlich? Wie kann das sein, dass hinter mir ein Bus fährt? Boah Hier, die Kurven, mein ich Die sind richtig gott Das guck, wie schnell die da hoch geht Ja Kleck Ja, hier, kannst du machen, nix Geht nix, Mann, ja? Forder ich mich durch Nächste Haltestelle Zu-Park Ilvers gerufener Platz Ey, das ist ein Krampf, das ist ein Krampf Ist klar Oh nein Ich muss dir was zeigen Ja Ich guck grad hier so Auf YouTube diverse Ansagen Automatisch Haltestelle-Ansage-Ansage-Mix So, man so aus verschiedenen Städten und so Kommt hier grad Stappus Gösler Nächste Haltestelle Ja, hallo, ist doch jut Mann Ja, hallo, die Schneefahren kommen hier in den Bus rein Auch nicht schlecht Ist das dämlich Oh, ich hab's gar nicht geschafft Glaubst du's? Ja Na Minute Verspätung Nicht schlecht Ja, das geht aber eigentlich Winterfahrplan Ja Ich baller mich mit so 55 hoch, ey 60 Oh Ey, wir haben's geschafft Wir haben's geschafft So Wenn wir euch das Video gefallen hat Lass dir ein Abo da Da noch rum Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und tschüss Jungs Ja